Wenn ihr dieses Video seht, spiele ich wahrscheinlich gerade das TOTS, denn das TOTS ist geil. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja Leute, das TOTS ist endlich da. Es ist endlich da. Und ja, natürlich noch vorher die Stream-Ankündigung, ganz normal, am Montag, wie hier bei der Livestream. Nochmal möchte ich mich auch für den Livestream am Donnerstag bedanken, weil der war richtig krank. Auch für so eine Zeit, ich glaube ich habe 10.15 Uhr oder so gestreamt und dass trotzdem so viele Leute mit online waren. Hätte ich nicht damit gerechnet. Es war ein richtig cooler, chilliger Stream mit euch. Also es hat mir sehr gefallen und hat auch sehr Spaß gemacht, mit euch dort zu streamen. Also ja, mal gucken, ob es nächste Woche klappt mit dem Stream. Ich weiß es nicht. Ich denke zwar eher nicht, aber schauen wir einfach mal. Genau, schauen wir einfach mal. Und ja, wir gehen jetzt mal rein ins gute Team of the Season Event. So far, natürlich. Und ja, ich hatte jetzt noch 8 Energie. Müsste ich jetzt noch machen. Macht jetzt natürlich nicht in der Folge, ist ja ganz klar. Ich habe hier nämlich schon das Spiel gespielt. Habe leider nichts Gutes gezogen. Dann, Leute, ich habe hier nämlich, äh, nee, Luca, jetzt kann ich nicht gegen die Spielen. Der Allerechte. Nee, danke, aber ich muss gerade aufnehmen. Ähm, 500 Punkte habe ich hiervon. Also können wir gleich mal öffnen, was? Also ich habe eine Gems rausgehauen und ja, vielleicht haben wir mega Glück. Keine Ahnung. Dann Community Special kann ich euch mal hier einblenden. Und zwar, was ich hier im ersten Pack gezogen habe. Ich bin nämlich schon recht weit. Aber ich würde euch jetzt erstmal hier einblenden, was ich gezogen habe. Mal schauen, vielleicht gönnt ja EA. Schauen wir einfach mal. Vielleicht gönnt ja EA einen richtig guten Spieler. Also schauen wir einfach mal. Was gönnt denn EA? Okay, erstmal die XP. Und dann kriegen wir, oh, 85er Williams. 85er Williams. Das ist nice. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Das ist nice. Genau, Leute, ihr habt es gesehen. Also richtig krank. Und ich kann euch mal zeigen, ich habe auf jeden Fall hier schon ordentlich gesuchtet. Und ich, Leute, ich kann euch einfach nur etwas ans Herz legen. Spart eure Punkte. Spart erstmal eure Punkte und wartet auf das Tots. Weil es kommen noch alle möglichen Tots. Es kommen La Liga Tots, Serie A Tots. Es kommt noch Bundesliga Tots. Also ich warte, ich warte halt aufs Bundesliga Tots. Und ja, der Spieler, der mir jetzt am meisten zusagt, ist hier auf jeden Fall der gute, gute Thiago. Und Thiago, der 99er Thiago. Aber ich warte erstmal aufs Bundesliga Tots, eh das kommt. Weil Thiago ist schon saftig. Aber ich warte erstmal noch. Sonst hier EPL Special kann ich euch auch mal zeigen. Habe ich jetzt noch nicht so viel gespielt wie das Community Special. Aber hier kann ich euch nochmal einblenden, was ich hier gezogen habe. Okay, komm. Leute. Yay. Gönn, gönn. Okay, XP und gönn. 85er wieder. Wir kriegen wieder einen 85er. Guanka. Alles klar. Okay, das ist nice. Wieder einen 85er. Und auch das Design, das sieht so geil aus. Okay, 85er Spieler. Nice auf jeden Fall. Ja, auch recht krank. Und ihr habt ja schon gesehen, Community Special habe ich auch weitergespielt. Und ja, da kann ich euch jetzt auch nochmal einblenden, was ich hier bei diesem Pack gezogen habe. Und ich, ja, vielleicht, jetzt könnt ihr jetzt ordentlich schallern. Es könnte schallern, Leute. Uff. Come on. Go, 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 go. Ah, und. Ja, 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 ja. 86er Spieler gezogen. Bam. Jawohl. Semi Ayayi. Man kennt ihn. Jawohl. 86er. Geil. Immer 85 plus bisher gezogen. Nice auf jeden Fall. Ja, waren auf jeden Fall ordentliche Spieler, Leute. Waren ordentliche Spieler. Habt ihr ja gesehen. Und, aber, Leute, bevor es zum TOTS Opening geht, schauen wir nämlich nochmal, was es im Shop nämlich so Schönes gibt. Was gibt es denn hier nämlich noch Schönes im Shop für Angebote? Da können wir auch mal reinluschern, wenn jetzt der Packstrader sagen, okay, 229 Euro. Äh, genau, 229, man kennt ihn. Nein, 2,29 Euro. Es wäre schon irgendwie ein bisschen dumm, das zu kaufen, oder? Egal. Packstrader ist ja auch Free-to-Play. Genau, zack. Und dann haben wir jetzt hier auch nochmal 200 VIP-Punkte und die 100 TOTSF-Punkte. Sehr schön. Okay, dann können wir hier weiter schauen. Natürlich. Ja, ich hab jetzt ein bisschen Kohle da. Ähm, vielleicht kriegen wir einen guten Spieler. Schauen wir mal. Äh, ich werde einfach mal ein Pack nochmal öffnen hier. Und vielleicht krieg ich ja Karlström. Vielleicht krieg ich ja Karlström wie der gute Packstrader. Schauen wir uns das nochmal an. Okay, erster Spieler 71er. Ockels. Und 71er Weißmann. Schon Weißmann. Weißmann. Und gönn. Und es ist Kadioglu. Ja, moin. Okay, also Packlack ist hier leider nicht am Start. Also Leute, ich denke, ich öffne hier eins. Und dann hier nochmal eins. Und dann wahrscheinlich alles hier bei Aguero. Denn, ja, am Anfang kriegt man einen safenden Spieler. Und deswegen denke ich, fangen wir an. Okay, vielleicht gönnt ihr EA. Vielleicht gönnt ihr gleich mal hier am Anfang EA einen guten Spieler. Okay, und. Oh, wir kriegen 86er Simon. Moses Simon oder Simon oder so. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Ich glaube, wir haben den schlechtesten bekommen. Ja, moin. Wir haben einfach den schlechtesten Spieler bekommen. Das ist typisch. Das ist das typische Glück von Macht aus dem Schlacht. Okay. Nächstes Pack. Komm, EA. Gönn. Gönn. 86er Richarlison. Es ist wieder der schlechteste. Es ist wieder der schlechteste. Und jetzt bei meinem Glück kriege ich safe nur noch Münzen. Safe nur noch Münzen. Komm. Bitte, EA. Vier Packs, glaube ich, noch. Oder drei Packs. Ne, drei Packs sind es noch. Gönn. Ja. Ja. Boom. Geil. animierter Henderson. Ich glaube es nicht. Leute. Jawohl. Unfassbar. Ich glaube es nicht. Ich habe Henderson gezogen. Wuhu. Geil. Leute. Geil. Geil, geil, geil. Alter, ich kann es nicht fassen. Digga. Wuhu. Unfassbar. Das kann doch nicht noch mehr schallern, oder? Und ich habe alles aufgenommen. Alles ist, alles ist aufgenommen. Ich denke, jetzt mache ich hier weiter, weil ich kann dort drüben eigentlich nur noch Aguero als Krankenspieler ziehen. Und ich denke, ich kriege dort nur noch Münzen. Deswegen werde ich hier weiterhin öffnen. Alter. Leute. Leute. EA. EA gönnt einfach. EA gönnt einfach. Unfassbar. Ja, wir kriegen 89er Beatonkur. Okay. Ist nice. 89er Beatonkur. Alter, Leute. Und jetzt hier nochmal. Äh. Ein Pack noch. Ein Pack noch, Leute. Ein einziges Pack noch. Vielleicht gönnt ihr EA nochmal. Ey. Das ist so unnormal. Unnormal. Und wir kriegen 87er Pepe. Pepe. Oh. Nice. Auf jeden Fall. Leute. Unnormales Packlack. Unnormales Packlack. Unfassbar. Und ich habe kein einziges Mal Münzen bekommen. Ich habe kein einziges Mal Münzen bekommen. Es ist geil. Leute. Es ist unfassbar. Ich freue mich einfach dermaßen. EA hat gegönnt. Und. Ja. Damit würde ich jetzt auch sagen. Danke fürs Zuschauen. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis. Ja. Zum nächsten Video. Und. Tschüss. Da ist Macht aus den. Da ist Macht aus den Schlacht. Da ist Emoji. Macht aus den Schlacht. Wer steht man denn? Hey, 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 hey Untertitelung des ZDF, 2020